Unangenehm, wenn man nur dieses komische Ticken hört, oder? Und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Heute geht es um ein Thema namens Zeit. Ich meine, es steht im Titel, also wird es auch umgehen, oder? Ja, aber ein wenig anders. Ich möchte mit euch heute ein wenig auf die Reise gehen, wie man ein Topic namens Zeit auch extrem verkopft angehen kann. Gleich vorweg, so etwas zu machen ist nicht gesund. Und es könnte für den einen oder anderen vielleicht auch Unbehagen bedeuten. Aber vielleicht hilft es euch auch, ein anderes Verständnis gegenüber Zeit zu haben. Und wenn es nur für einen kleinen Ticken ist. Es würde am Ende euch nicht helfen, aber, naja, keine Ahnung. Ich habe mir das gedacht und habe gesagt, darüber muss ich mit euch reden. Ein Tag besteht aus 24 Stunden. Das sind 1440 Minuten. 10- bis 17-Jährige schlafen laut Statistischem Bundesamt von 2022 ca. 9 Stunden und 42 Minuten. Das sind umgedechnet ca. 582 Minuten. Für 18- bis 29-Jährige wurde eine Durchschnittszeit von ca. 8 Stunden und 47 Minuten angesetzt. Das wären ca. 527 Minuten. Wenn wir jetzt also mal großzügig daumisieren das Ganze, dann sind wir bei 540 Minuten Schlaf. Das heißt, uns bleiben für den Tag noch maximal ca. 900 Minuten. Für Schule und Arbeit gilt tatsächlich, wir haben jeweils eine 40-Stunden-Woche. Das auf die einzelnen Tage gemittelt runtergebrochen ist, sind ca. 350 Minuten. Also unsauber auf den Tag gesehen. Das heißt, uns bleiben es, wenn es gut läuft, noch ca. 550 Minuten pro Tag für Allgemeines. Es muss aber noch geputzt, gekocht oder allgemein Haushalt gemacht werden. Im Schnitt sind da die Frauen einfach natürlich noch krasser drauf. Aber wenn man jetzt mal trotz einem grundlegenden Daumenwert einfach mal über den Kopf rechnet, sind das ca. 127 Minuten für den Haushalt, der verbraucht wird. Wenn man ihn richtig macht. Und es nicht auf morgen verschiebt. Damit bleiben wir uns noch für den Tag ca. 423 Minuten. Das ist alles sehr unsauber, aber es soll mal ein grobes Gefühl dafür geben, wie krass schnell auch Zeit realistisch gesehen ist. Dieser Podcast peilt immer davon 8 Minuten an. So, dann habt ihr noch ca. 415 Minuten. Jetzt kommt mal das Krasse. Wenn wir uns TikTok Reels und Storys anschauen, dann ist das ein bisschen merkwürdig. Ein TikTok besteht aus 9 bis 15 Minuten. Sekunden. Himmel, Herrgott. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, nochmal von vorne. Auch Sprachfehler gehören zu einem Podcast, habe ich mir sagen lassen. Ein TikTok besteht aus 9 bis 15 Sekunden, steht in meinem Skript. Könnte in seltenen Fällen auch auf 60 Sekunden gehen. Eine Instagram-Story geht maximal 15 Sekunden. Normalerweise. Für die Reels gelten ähnliche Regeln wie für TikToks. Eine Minute besteht aus 60 Sekunden. Wer hätte das gedacht? Also, 4 TikToks pro Minute sind in der Regel drin. Das ist sehr schnell geschaut und sehr schnell vorbei. Aber was sind denn schon 4 TikToks, nicht wahr? Schwupp, 40 TikToks. Was ist schon dabei? Schon zu 10 Minuten rum. Wenn ihr euch noch einen Song für eure Story raussucht und ihn ganz genau stimmig zuschneiden wollt, kostet euch das jedes Mal 15 Sekunden. Also, eine Viertelminute, wenn ihr das wirklich bis zum Ende genau euch rausdenkt. Das lässt ja dann doch irgendwie anders werden, oder? Oder vielleicht zieht das ja auch nur ich so. Ich hätte es jedenfalls vollkommen geschockt und ich bin ganz ehrlich froh, dass ich keinen TikTok konsumiere, weil, ja, möchte ich einfach nicht. Aber dafür habe ich halt leider Insta. Und da gehen die Reels natürlich auch ein bisschen schnell rum. Und das ist auch schneller, als man schaut, dass auf einmal ein Reel mal länger geht, als man denkt. Ja, und dann vergehen vielleicht auch mal ein paar, bei ein paar Leuten oder bei ein paar Reels auch mal mehr als eine Minute, beziehungsweise immer mal wieder eine Minute. So muss man vielleicht sagen. Das heißt, schwupp, bist du dann bei 40 Reels bei 40 Minuten. Was will ich damit sagen? Lässt die Jugend von heute ihre Zeit verrennen? Nee, mir geht es ja genauso. Aber es ist doch krass, dass gerade bei diesen lächerlichen Ein-Minuten-Videos, die auch so schnell weggeschaut sind, einfach schon extrem viel Zeit verschwendet wird. 100 Videos, 100 Minuten sind durchaus möglich. In der Zeit hätte man viele verschiedene andere Dinge machen können. Klar, natürlich machen wir das in unserer Freizeit und wollen damit auch ein bisschen abschalten. Aber es ist halt einfach so. Und ich weiß nicht, bei einem Video, das ein bisschen länger geht, wo man, weiß ich nicht, so im Hintergrund vielleicht auch einfach anhaben kann oder auch einen Podcast, ist es meiner Meinung nach leichter zu sagen, man macht es parallel. Weil, keine Ahnung, man macht noch irgendwas nebenbei. Man kocht, man bereitet sich auf irgendwas vor oder vielleicht arbeitet man auch irgendwas. Wobei ich echt gestehen muss, ich könnte nicht parallel lernen und einen Podcast hören. Das wäre für mich ein bisschen zu viel des Guten. Ich bin dafür einfach nicht schlau genug. Aber könnt ihr mir gerne mal ran und runterschreiben, wie es da euch geht. Aber generell so, wie gesagt, man könnte putzen, man könnte bügeln, man könnte den Haushalt machen. Diese 127 Minuten, die wir vorhin hatten, könnte man quasi mit parallelem Verbrauch von oder Konsum von eben diesen Medien eben auch verwenden. Aber ja, was will man denn machen? Das ist halt nicht so einfach, das Ganze so zu machen. Denn TikTok kannst du meines Erachtens nach nicht so schlicht und ergreifend parallel gucken oder auch Reels, weil du musst ja eigentlich immer wieder weiterscrollen oder weiterswipen, damit das weitergeht. Klar, du kannst es beim Kacken gucken. Das ist auch eine Möglichkeit, aber dann verbringst du halt eine Viertelstunde auf dem Klo. Ob das jetzt unbedingt zielführend ist, sei jetzt mal dahingestellt. Kritisch wird es natürlich, wenn man einschlafen will. Weil dann legst du dich in dein Bett rein, swipest ein bisschen, guckst ein bisschen. Ja, das ist witzig, das ist witzig. Dann schickt man das zu seinen Kumpel, seine Kumpeline oder wem auch immer. Und stellt dann fest so, ja, ich bin um 23. ins Bett. Oh, es ist jetzt schon 0 Uhr. Hm, das geht schnell. Und das ist eben das, was ich meine. Es ist unheimlich krass. Und mir ist es halt vor allem eben sehr krass aufgefallen, dass ich das hatte bei eben diesen Instagram-Stories. Wenn du dir eine Story mit Musik oder sowas anhörst, ich habe tatsächlich teilweise den Moment, dass ich die, keine Ahnung, wirklich 10, 20 Mal gefühlt anhöre. Wenn du dann überlegst, dass die über 15 Sekunden gehen, dann bist du schon 5 Minuten damit beschäftigt, allein nur diese verdammte Story rauszusuchen oder diese Musik rauszusuchen, nur um am Ende dann festzustellen, ah, passt auch nicht, nächstes Lied. Und dann da nochmal deine 10 Mal oder sowas hörst. Das finde ich halt irgendwie, dieser Gedanke, das ist alles sehr überspitzt, aber dieser Gedanke hat sich so manifestiert in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, ich muss das mal als Topic für einen Podcast machen. Tja, und wie gesagt, wenn man dann das Ganze noch macht, während man versucht einzupennen, dann ist das auch ungesund. Und ich möchte euch ganz klar sagen, das ist eine extrem schlechte Angewohnheit. Macht das nicht. Hört auf, beim Einschlafen Reels oder TikToks zu schauen. Glaubt mir, dass wenn ihr wirklich einschlafen wollt und euch nicht am nächsten Tag wundern wollt, wieso ihr so abgefuckt seid, dann bitte hört einfach auf, Reels zu schauen oder TikToks zu gucken. Das könnt ihr machen, wenn ihr am Tag unbedingt das machen wollt, aber Leute, das ist ungesund. Vertraut mir. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich auch schon viel zu viel Medienkonsum habe, bevor ich pennen gehe. Bei mir sind das Serien, die ich schaue. Also das geht natürlich auch noch irgendwo so ein bisschen. Aber im Endeffekt, eigentlich sollst du in dein Bett gehen und schlafen. Das ist so das, ich sag jetzt mal, Gesündeste. Das ist eh so ein Ding. Wir sagen immer alle, ja, blablablub, wundern uns und beschweren uns immer, dass es uns allen nicht so gut geht. Aber wenn wir uns einfach mal an die fucking Regeln halten würden, wie einfach nicht pennen, oder halt einfach pennen, wenn man ins Bett geht und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Videos guckt. Poppen kannst du schon noch, aber halt Videos gucken nicht, Mann. Dann solltest du halt dein Bett auch mit Schlafen identifizieren und ja, poppen. Aber halt nicht mit Medienkonsum. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Ich weiß nicht, wie ist euer Gefühl für Zeit? Habe ich jetzt verändert? Vielleicht auch nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise der Podcast, so muss ich das sagen, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir irgendwie einen Topic-Vorschlag gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Boah.